Bhairu Asana, die schreckliche Stellung, die ehrfurchtgebietene Stellung, ist die Bezeichnung für zwei verschiedene Asanas. Zunächst gib die Füße zusammen und hocke dich so hin, dass beide Fersen direkt das Perineum berühren, also den Bereich zwischen den Sitz, ja zwischen den Pobacken. Halte dabei die Hände gefaltet hinter dem Rücken und sitze gerade. Und dabei schaue jetzt zum Nabel hin. Senke also den Kopf leicht und schaue so zum Nabel hin, während du den Rücken gerade hältst. Diese Stellung führt zu einer inneren Ruhe. Eine fortgeschrittenere Variation ist die Bhairu Asana Nummer zwei. Dabei sitzt du auf der linken Ferser und du gibst dabei die linke Knie auf den Boden. Du gibst die andere Ferser in den Nabel hinein und wenn du könntest, würdest du sogar den Fuß so drehen, dass die Zehen hoch zum Brustkorb hingehen. Oder gib einfach die Ferse zum Nabel, ähnlich wie zum halben Lotus. Halte den Körper gerade, falte die Hände und gib dabei die Hände nach oben. Und in einigen der Schriften heißt es, diese Stellung wird auch genannt Siddhi, Bhairu Asana. Wenn man die Stellung drei Stunden lang hält, wird die Kundalini erweckt. Die Nadis werden gereinigt und der Schluckauf verschwindet. Eine interessante Aufzählung von Wirkungen. Und eine andere Schrift sagt, wenn man dieses Banda und dieses Asana drei Stunden hält, wird die Kundalini erweckt. Die Grantis, die Knoten werden gelöst und die Nadis werden gereinigt. Also probiere die Asana drei Stunden zu halten und schreibe dann die Kommentare, welche Wirkungen das auf dich hatte. Und wenn es dir gefallen hat, klicke auf Daumen hoch, gefällt mir und teile die Sendung mit anderen. Und bitte auf jeden Fall.